Servi, sprechen wir über Nachhaltigkeit. Wie einfach ist es für Unternehmen, sich zu Nachhaltigkeit zu verpflichten und wie hilft Bob's dabei? Also wir arbeiten in dem Geschäftsfeld der flexiblen Verpackung und Nachhaltigkeit, Sustainability, ist das Hauptthema, das beschäftigt alle unsere Kunden, alle Kunden, unsere Kunden. Das heißt, es ist ganz natürlich, dass wir uns diesem Thema widmen und das tun wir auch aus einer Corporate Seite. Das heißt, wie gestalten wir unsere Operations Nachhaltigkeit. Zweiter Aspekt ist, wie machen wir die Equipments, die Maschinen, die wir da herstellen und verkaufen, nachhaltiger, dass man weniger Energie verbraucht. Und als dritter Stream schauen wir, dass wir gemeinsam mit unseren Kunden und gemeinsam mit anderen Leuten der Wertschöpfungskette Lösungen wirklich Verpackungslösungen schaffen, die da nachhaltiger und hauptsächlich dann recycelbar wiederverwertbar sind, entwickeln. Können Sie in diesem Zusammenhang uns mehr zum Thema One Barrier sagen? Das ist ja eine große Entwicklung von Bob's und seinen Partnern. Können Sie uns das mal näher beschreiben, wie das in diesem Zusammenhang, also in welchem Zusammenhang das steht? Vielen Dank. Ja, natürlich. Also One Barrier ist eine Familie von Lösungen, inflexible Verpackungen, um wiederverwertbare, recyclerfähige Material herzustellen. Aber mit Barriereigenschaften. Und wir sind da, ich spreche von einer Familie, weil wir haben zu einer Seite eine Lösung, die Polymer-basiert, so Poly-Olefin-basiert ist. Und das nennen wir One Barrier-Prime-Cycle. Und eine zweite Stream, die Papier-basiert, Fiber-basiert ist. Und das nennen wir One Barrier-Fiber-Cycle. Und es geht wirklich in dieser Familie versuchen, Material zu entwickeln, die metallisierten Polyester oder sogar Aluminium ersetzen können mit ihren Barriereigenschaften. Können Sie uns noch mal sagen, wer die Schlüsselpartner sind, die diese Lösungen mit realisieren in Bezug auf flexible Verpackung? Sie haben absolut recht. Das sind Sachen, die mit Partner entstanden sind. Die Probleme sind so mannigfaltig, dass man das braucht. Und das ist auch die Art und Weise, wo wir gerne arbeiten. Also für den One Barrier-Prime-Cycle, hier die Polymer-basierte, haben wir sehr viel mit Tau als Granulathersteller und Sun auch als Lieferant für Kleber und Barriere-Lacke und auch Michael Mann in diesem Feld von Beschichtungen. Und bei dem One Barrier-Fiber-Cycle arbeiten wir hier oder haben wir sehr stark mit UPM als Papierhersteller und wieder mit Michael Mann bei dem Thema Beschichtungen, Barrierecoating. Da sind ausgewählte, unser Ecosystem ist größer, aber da sind, sage ich mal, ganz wichtige Hauptpartner da. Was sind die Anforderungen von Markeninhabern? Sehen Sie CI Flexo, Druck auf Papier als wichtigen Trend, um diesen veränderten Anforderungen gerecht zu werden? Also die Brand-Owner, die Markeneigentümer haben sich sehr stark in Richtung Sustainability engagiert. Das ist eine von einigen Anforderungen. Es muss sustainable sein, aber Kosten, sage ich mal, vertretbar sein. Es muss, also die Anforderungen, es gibt mehr und mehr verschiedene Designs, also Produktvielfalt ist groß. Das bedeutet, unsere Kunden müssen kürzere Aufträge drucken können. CI Flexo ist hier als Technologie fundamental gut ausgestattet und Sie haben von Papierlösungen gesprochen. Das ist ein Trend für den Konsument, also für Sie und ich im Supermarkt. Wenn wir eine Papierlösung, eine Papierverpackung sehen, dann tendieren wir zu sagen, ja, wir werden was daraus machen können. Man wird wieder Faser daraus gewinnen können, wenn es nicht immer der Fall ist. Aber das ist eine einfache Geschichte, als zu erzählen, dass auch mit Kunststoff. Das heißt, ja, CI Flexo ist in Wahrheit bei beiden Streams gut positioniert und wird weiter eine wichtige Rolle da spielen. Was glauben Sie, welche Richtung wird die Industrie in Sachen Nachhaltigkeit einnehmen? Also das ist natürlich die 1.000 Euro oder Dollar Frage. Es ist, ich glaube, was wir sehen seit einigen Jahren, ist, dass es wird keine, wir nennen es Silver Bullet, keine einzige Lösung, die überall einsetzbar ist und die alle Anforderungen abdecken werden. Wir glauben, dass es ist, man wird weitere verschiedene Lösungen haben, verschiedene Materialflüsse haben. Kunststoff wird weiterhin bestehen und ein Großteil ist der Applikation. Papier wird in unseren Augen Positionen gewinnen. Und es gibt den dritten Stream mit dem kompostierbaren Bio-Based-Lösungen, die da auch ihren Platz finden werden. Aber ja, eine Kristallkugel habe ich leider auch keine. Also, dann danke ich recht herzlich für das Interview. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.